Grüß euch Leilin, wir sitzen gerade in meinem BMW 535 und zwar geht es darum, wie komme ich ins Geheimmenü und warum sollte ich ins Geheimmenü kommen? Zunächst einmal, warum brauche ich das, warum muss ich das hin und wieder schauen? Wir können im Geheimmenü die Motortemperatur nachschauen, die vom BMW leider so, vor allem in die Facelift-Modelle, nicht angezeigt wird. In die Vor-Facelift-Modelle hat man hier seitlich angezeigt, wie weit der Drehzahlmesser drehen darf sozusagen und wird somit gestoppt, obwohl das ja auch ganz schlecht ist. Also im kalten Zustand sollte man nicht über 2.000, 2.500 Touren drehen. Was die BMW dabei gedacht hat, das wegzulassen, bleibt mir für immer ein Rätsel, weil es einfach wichtig ist. Warum? Läuft mein Motor zu kalt, läuft er zu fett, läuft er zu fett, wird mir Partikelfilter zu, es können Schäden im Motor entstehen und und und. Zunächst einmal, wir haben den Knopf da in der Dach-Einheit, den drücken wir einmal lang. Jetzt verschwindet zuerst der Tages-Kilometer-Zähler, der kommt dann aber zurück. Wir bleiben noch immer drauf. Jetzt gehen wir zum ersten Schritt, wo wirklich auch Neulinge damit vertraut werden sollen. Das ist die Fahrgestellnummer, also Fahrzeugnummer eigentlich, die sogenannte FIN. Hier muss man die letzten fünf Zahlen zusammen addieren. Also in meinem Fall ist es 19, wenn man sieht. Also das ist unser Menüpunkt 1, da kommt es immer rein. Diese 19 merken wir uns, dann drücke ich noch einmal lang drauf, er springt mal wieder raus und ich gehe unter den Punkt 19 rein. So, zu dem Punkt 19 müsst ihr immer. Und jetzt kommt die zusammennotierte Zahl, das ist in meinem Fall wieder 19. So. Und jetzt gehen wir unter Punkt 7 rein. 7.1 ist die Motortemperatur. In meinem Fall 86 Grad. Das Auto ist gerade gestartet worden, war aber schon heute mal in Gebrauch, deshalb ist es jetzt auch warm. Unter dem Strich soll das Fahrzeug unbedingt zwischen 88 und 280 Grad erreichen. Und es ist ganz egal, wie warm oder kalt es draußen ist. Natürlich braucht er länger, wenn es kalt draußen ist. Aber an sich soll er immer diese Temperatur erreichen. Egal unter welchen Umständen, egal warum, weshalb. Er soll immer sich dort bewegen. Auch keine Sorge. Im Hochsommer habe ich schon einmal erlebt, dass er 108 Grad warm wurde. Warum? Er hat einen Partikelfilter gereinigt in dem Moment. Wir haben 40 Grad Außentemperatur gehabt. Da wird der Motor natürlich dementsprechend warm, bzw. das Kühlsystem. Weil da können wir leider nur die Kühlertemperatur anschauen. Also nicht verwechseln bitte mit der Öltemperatur. Das ist rein nur Kühlertemperatur. In 90% der Fahrzeuge, also 90% von Fahrzeugen, die das anzahlen, zeigt sich die Kühlertemperatur an. Ideal wäre natürlich das Öl. Kann man auch nachrüsten, ist aber jetzt nicht das Kapitel. Unterm Strich, schaut euch das zumindest einmal im Monat, einmal in zwei Monate an. Weil sollte euer Fahrzeug Probleme haben mit dem Kühlsystem, ja auch das Thermostat vom AGR oder der Hauptdemostat defekt sind. Dann geben wir euch schriftlich, innerhalb kürzester Zeit ist der Dieselpartikelfilter zu. Da reden wir von einer Spanne von maximal 3000-4000 Kilometern. Wenn der Motor zu kalt ist, dauernd, dann läuft der Motor zu fett. Und unterm Strich ist es so, dass er einfach im Partikelfilter innerhalb kürzester Zeit eben dicht macht. Schaut euch das unbedingt an. Nicht vergessen, zuerst gehen wir unter Punkt 1. Wir addieren die Quersumme von der Fahrzeugnummer, also von der sogenannten Fing. Die letzten fünf Zahlen. In meinem Fall war es C, U und die fünf Zahlen, die wir zusammenaddieren. In meinem Fall die Quersumme 19. Dann gehen wir unter Menüpunkt 19. Das ist ganz egal, was das für Ergebnis ist, ihr könnt 17 haben, ihr müsst trotzdem in Menüpunkt 19. Nach dem Menüpunkt 19 gebt ihr eure zusammennartierte Zahl ein. In meinem Fall eben auch 19. Dann tut ihr die eine, dann sagt ihr auch Lock Off und ihr könnt dann euch in dem Menü frei bewegen. Ihr solltet ihr doch auch ein bisschen aufpassen. Man kann da mehrere Sachen schauen. Man kann schauen, wie voll sind die Tanksysteme, die Drehzahl, die Geschwindigkeit. Aber man muss aufpassen, weil man kann auch hier Sachen verstellen. Also man kann wirklich in gewisser Weise umkodieren. Vor allem, was den Verbraucher angeht und solche Sachen. Da kann man wirklich viel kaputt machen. Tue jetzt mit dem wirklich aufpassen. Tue jetzt nicht irgendwie was verstellen. Wenn ihr euch wo nicht drüber traut oder euch nicht auskennt, dann lasst ihr es am besten. Der Menüpunkt 7 ist für euch der wichtigste. Im Menüpunkt 7 sehen wir die Kühlertemperatur. Wenn wir die wissen, wenn wir wissen, unser System ist intakt und funktioniert, dann sind wir eigentlich schon glücklich. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt nach Hause fahren und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Danke fürs Schauen. Ciao, ciao!